Alle gegeben sich, für mich gehst du in Not und Gott, die jährlich leben lohen, auf Erden, die gut der Sanker im Himmel drohen. Du gehst neu in der Fülle, ich liebe dich. Das Evangelium ist abgeschrieben und durch das Evangelium 2.0. Es begab sich aber zu der Zeit, das Eingebauten von dem Kaiser Augustus ausging, das alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die Allerste und geschah zur Zeit, da Korinus Stadthatte in Syrien war. Und jeder man ging, dass er sich schätzt, ließ ein Geder in seine Stadt. Da machte ich auf, auf Yosef, aus Galilee, aus der Stadt Nazareth, in die jüdische Land, zu Stadt Davids, da der heilige Bethlehem, war der Haus, dem Hause, und geschmechte Davids war. Da mit Erze, Schütze, Lisa mit Maria, und Jakob einherheim ist, cela geht, des siebauten war. Da schwerst du nach der Stadt, was siebautenやって ihr Herzischenohlen. Aber er gilt darin, im Bundan, aber leid an den einen Krikneln, den sie Telld parcelle Batt granting eure Finished. Und die Sparen herrten in derselben Gegend auf den Feldern eine Hürde, die hitteten des Merks ihrer Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn weitete um sie, und sie wirkten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, werdet euch nicht sehen, ich verkünde euch große Freude, die alle Volk wieder verankert. Denn euch, bespricht der Heilige Lord, welter ist Jesus der Herr in der Stadt Davids. Und das hat zu zeigen, ihr werdet finden, was gilt, in Wänden gewiggelt, und in euch ein Krippet liegen. Und als bald war dabei, den Engel, die die himmlische Herrschaften, die lobten Gott und sprachen, Er, als ein Gott in der Heer, und Friede auf der Erde, bei den Menschen seines Wollbefallens. Und als die Engel von ihnen in den Himmel führten, sprachen die Herden untereinander, Lass uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen im Eiland und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, bereiten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kamen, wunderten sich aber das, was ihnen die Herden gesagt hatten. Maria, Father, behebt alle die Soforte und bewegte sie in ihre Herzen. Und die Herzen, herzen wiederkommen, prizen und bolden Gott für alles, was sie die Herzen zu sehen hatten, wie denn zu ihnen die Saat war. Im Ergel von Ziele trifft. Wir看en uns an. Wir werden uns an. Wir werden uns an. Amen. 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 Psalm 13. Gott ist uns zuversicht und stärker, eine Hilfe in den großen Nägeln, die uns getroffen haben. Darum fechten wir uns nicht gleich, weil die Welt untergehen und die Werkenwinden ins Meer sammeln. Wenn gleich das Meer richtete und walte und sein seines Bundesstrom die Werken einfielen. Danach soll die Stadt Gottes feinlisten bleiben mit ihren Bemühungen, da die kallischen Wohnungen des Christen sind. Gott ist fein hier drinnen, darum werden sie fest bleiben. Gott ist fein hier drinnen, Gott ist fein hier drinnen. Die Heine müssen versagen, wenn die Kainig reich fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich, er lässt. Der Herr sagt, sei der Gott des Mittels. Der Gott Jakob ist uns zu schutz. Kommt her und schaut die Märkte des Herrn auf der Erde, so zur Sterne angreiftet. Wer den Frieden steuert in aller Welt, der Bogen zerbringt, Speise zerschmackt und Wagen mit Bräuer verbringt. Sein Stille unter Kent, dass ich Gott bin. Ich will der Eiste sein unter den Heiden, der Eiste aufhören. Der Eiste, der Eiste aufhören. Der Eiste mit Bräuer verbringt, der Eiste aufhören. Amen. Der Leid, den Kier, das der Pastor Pferde ist. Bräder präde der Herr, an Psalm 36. Und Bräder haben wir den Kier, ein Festerberg, das Gesunsch. Heute ist ein Heiliger Abend, mit Reformationen zu sein. Aber lasst mich nur das, der heute einen Moment erklärt. Das Jahr, Jesus Jahr, na mit dem Samen mit Hoffnung, für meine Angräten und für Jesus. Und heute möchte ich mit dem Tauch mit dem Thema bei dem King. Psalm 6.30 ist ein Psalm von Hoffnung. Und war das Psalm des Martin Luthernaum er als er den Leid an feste vor die Schreibernaum. Lass uns da zurückgehen. Und die Zeit der 13.15 war. Es gab die Heeren und Meister, die ganz gleiche und Menschen waren. Die wohnten in Berlin. Viele von die, die noch stehen durch Europa und besonderes in Deutschland. die der sind und die die sind. Die die sind. Die die des Und ein Tag von Halles in Zurich zu den Herrn oder der Meister. Sie legten Wunderspunders. Aber mein Herr oder Meister war immer nicht zu Frieden, und wollte mehr Ratsch und mehr Berge haben. So ihn und sie in ein Krieg gegen einander. Was konnte die Bauern tun? Sie waren ganz kürzlos. Sie brauchten niemanden, die ihr Schutz gegeben konnten. So haben sie zu den Herrn gelassen. Der Herr oder der Meister hatte immer eine Armee für solche Seiten, und müsste sein Herr auch durch solche Anschlagen verteidigen. Aber die Luthe brachte auch solche Schutz. Und es kam dort Friedrich der Krose, als er die Dr. Luther und seine Berge in Vietnam. Und jetzt dann bringt uns zu uns in unserer Zeit. Und wir kämen uns auch sehen, wie hilflos wir waren, wir sind. Und wir sind immer so in ein Anschlag von den Störfels. Und wir sind im Anschlag von der Gäste. In dem I, in God bless the sevens in the Corinth, promise to where there is, where lies, Jesus Christ. Jesus Christ. Barrow of the commoner Susanna Whitehead, on hand of the power. Es war, dass wir zusammenkommen, das Gehurt unseres Herrn Jesu Christus zu feiern. Der Herr war so ein Gott, das unser Erleser, und er ist unser Hoffnung und auch unser Herr. Der Herr war so ein Gott, das Gehurt unseres Herrn Jesu Christus zu feiern, das Gehurt unseres Herrn Jesu Christus zu feiern. Der Herr war so ein Gott, das Gehurt unseres Herrn Jesu Christus zu feiern, das Gehurt unseres Herrn Jesu Christus zu feiern, das Gehurt unseres Herrn Jesu Christus zu feiern. Der Herr war so ein Gott, das Gehurt unseres Herrn Jesu Christus zu feiern, das Gehurt unseres Herrn Jesu Christus zu feiern. Der Herr war so ein Gott, das Gehurt unseres Herrn Jesu Christus zu feiern, das Gehurt unseres Herrn Jesu Christus zu feiern. Der Herr war so ein Gott, das Gehurt unseres Herrn Jesu Christus zu feiern, das Gehurt unseres Herrn Jesu Christus zu feiern, das Gehurt unseres Herrn Jesu Christus zu feiern. Der Herr war so ein Gott, das Gehurt unseres Herrn Jesu Christus zu feiern, das Gehurt unseres Herrn Jesu Christus zu feiern, das Gehurt unseres Herrn Jesu Christus zu feiern. Der Herr war so ein Gott, das Gehurt unseres Herrn Jesu Christus zu feiern, 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 das Gehurt Das ist ein Rosenström, ein kleinen Grünlein, das ist das Kleine Kindlein, der Adam in Krippelich von der Heiligen Jesus Christus. Ja, wenn er noch nicht, dass der Herr verleicht, verrichtet ist, dann so ist es. Aber die Samen, die Gottes Worten, sie sind, wo Hoffnung, so Liga, Gnade, und der Zehrein, der Gottes. Und wir müssen uns selbst sagen, dass wir kaum hilfreich sind, aber durch das Geburt, das Stehrens und das Aufmerksamkeit unseres Herrn Jesu Christus haben wir ein Fest am Wort. Nicht nur heute, nicht nur am Heiligen Abend, aber in Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 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 Wir geben uns durch Frieden. Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN. Der Himmel und der die Macht hat. Weil wir Gottes Wort gewährt haben, lasst uns ihm danken für alle Segen und Unbeständigkeit im Glauben bitten. HERREN, verlage dich. Im Frieden, lasst uns beten durch unseren HERRN, Jesus Christus, den Zohn des lebendigen Gottes, der Mensch gewordet ist aus der Junkra Maria, für die Kirche und für alle den ganzen Herzen ehrt Christ, dass der HERR das Herz seines Volkes öffnen für seine gute Wohlschaft. HERREN, verlage dich. Für alle Leiter und Mitarbeiter der Kirche, dass der HERR ihnen Kraft gebe, sein Evangelium zu verkündigen, lasst uns beten. HERREN, verlage dich. Für unser Volk und für die ganze Welt, dass Gott allen Menschen seine Güter zuwenden und sie verschenken mit seinem Frieden, lasst uns beten. HERREN, verlage dich. Für die Mächtigen, auf Erden, dass Gott ihnen weissheit und lewe zu der Rechtekeit verliehe, lasst uns beten. HERREN, verlage dich. Für die Verwitweten und Wässer, für die Einsamen und Verlusten, dass Gott sie mit Freude über das Geburten seiner Sohnes erfülle und seinen Frost und seine Liebe erfahren, lasst uns beten. Für die Verwitweten, für die Verwitweten und die Kranken, dass Gott ihnen nahe sein und ihnen Hilfe zum Teil werden, lasst uns beten. Und für die Sterbenden, dass der Herr sie aufnehmen in sein unvergänglich Wässer, lasst uns beten. Und für die Verwitweten, für die Verwitweten, für die Verwitweten und die Verwitweten, lasst uns beten. Herr, ich verweile dich. Bitte Gott und Vater, du hast uns deinen Sohn geschenkt. So hast du uns deine friedliche Liebe offenbart. Herr Herr, um seinen Willen uns erbeten, durch ihn reisen wir dich in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, heute und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. 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 Ich wollte dir nur ein fröhliches Weihnachten wünschen und dann sagen, dass ich heute wieder dabei sein konnte und dieses Gottesdienst. Ich liebe die Lieder, die in Deutschland besuchen sind und die Insecurität haben wir jetzt nicht. So, das ist erinnert mich aus meinem Kind, wenn ich endlich war, da in Windsor, in der Deutsche Gemeinde war, und die heute, die heute, am Weihnachten, solche Lieder singen. Ich habe auch ein Announcement, dass sie so zuweig sein sollen. Schade ist es in English. Pastor Lofsky, could you add this Announcement? Pastor Schmidt und his wife, Natascha, are now in receipt of work visas from the Government of Canada. Final dates have not yet been set. We expect that they would arrive by the third or fourth week of January. And from there, we look to them for the installation date sometime in February. We ask that you join us in praying for Pastor Schmidt and Natascha, and also for his congregation in Brazil, which he will then be making as Master. So, be about another month or so, and you can expect that he would be here, that the visas are in place. What a beginning for a new year. God be praised. Der Herr segnet dich und dir behitet dich. Der Herr las aneinig sich leuchtet iber dich und seid ihr gnädig. Der Herr amein sein eignig sich dauf dich und gebet dir Frieden. Amen. 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 Amen.